Spieglein, Spieglein an der Wand, weiß der schönste Mann im ganzen Land. Diese Frage stellt sich das Ländle spätestens zur großen Misterwahl am 29. April in der Nachtschicht in Hart. Heute sind bereits die ersten Kandidaten im Vorarlberger Medienhaus zu Besuch, um die Jury von sich zu überzeugen und sich natürlich für die große Misterwahl zu qualifizieren. For Life ist für euch vor Ort und zeigt euch nun die ersten Bilder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018